palm sonntag endlich ist der gipfel der fastenzeit erreicht wir treten ein in die sogenannte heilige woche in der wir das leiden sterben und auferstehen unseres herrn jesus christus betrachten in jeder liturgie ist immer das ganze christusgeheimnis gegenwärtig also an jedem normalen sonntag ist immer seine geburt und sein sterben und sein auferstehen gegenwärtig aber in dieser heiligen woche falten wir das auf und obwohl immer alles gegenwärtig ist werden wir in den verschiedenen heiligen messen besondere akzente setzen und so steht am palmsonntag im zentrum jesu einzug nach jerusalem wir hören in diesem jahr das lukas evangelium und im lukas evangelium ist von anfang an klar dass jesus der verheißene sohn davids ist und das heißt sogar als der engel zur mutter gottes kommt gott der herr wird ihm den thron seines vaters david geben wo steht dieser thron in jerusalem und so wird jesus ein königlicher empfang in jerusalem bereitet aber wird jesus diesen davidischen thron besteigen ja und nein nein insofern dass er ihn nicht nach menschlichen vorstellungen besteigt denn der wäre in davids palast gestanden und da saß ein anderer dem er nicht gehörte könig herodes jesus besteigt trotzdem seinen thron und zwar auf dem kreuz auf dem kreuz wird er zu dem von uns gekrönten könig deswegen steht dann über dem kreuz dieses schild das pilatus da anfertigen lässt hinhängen lässt könig der juden wir werden heute in der liturgie selber diese sogenannte palm prozession feiern und dabei ist es ganz ganz wichtig zu wissen dass alles was in der liturgie geschieht immer ewige gegenwart ist die liturgie ist nicht wie zum beispiel das krippenspiel in der schule an weihnachten oder selbst so schön sie auch sein mögen die passion spiele von ober ammergau ja die sind einfach ein theater aber in der liturgie nehmen wir selber am lebensgeheimnis jesu teil das heißt wenn wir unsere palmzweige ergreifen reihen wir uns ein unter die bewohner jerusalems vor 2000 jahren die jetzt mit uns zeitgleich geschaltet werden durch das geheimnis der liturgie und wir sind unter den leuten die jesus heute in unserer mitte in der kirche seinem neuen jerusalem empfangen und deswegen ist es so entscheidend dass wir nicht in die heilige euch ristie gehen wie eben jemand der zum krippenspiel oder zum theaterstück geht sondern in dem wissen wenn wir hier und heute rufen rosanna dem könig davids dann bin ich es die ihn willkommen heißt es kommt auf meine herzenshaltung an und deswegen sollen wir uns heute überlegen gehe ich dahin wie jemand der im kopf schon beim mittagessen oder im skifahren nächste woche oder sonst wo bei den osterferien oder ist das der moment wo ich weiß jetzt kommt der herr zu mir ja wie es mein herz disponiert gehöre ich zu denen die am freitag rufen werde kreuzige ihn oder die weinend mit ihm unter dem kreuz stehen bereiten wir unser herz und empfangen wir jesus heute so in unserem herzen wie seine liebenden jünger vor 2000 jahren in jerusalem damit er in unserem herzen den wahren thron besteigt und dort nicht gekreuzigt wird bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal